Ah, was denn? Wo? Keine Ahnung. Lalalala, schleiche, schleiche. Einfach durch... Ich hab da noch keinen gesehen, weil der mich verarscht. Wo sind die denn? Ich weiß nicht, ist draußen eh schon wieder Nacht, weil wir zu lange hier unten waren. Oder wir gehen hier raus und kriegen direkt einen Pfeil in die Fresse. Der hat sein Verzauberungstable da nicht mal mehr gefunden. Wie gut ist das denn? So. Lalalala, laufen die auch alle geschifft rum, äh, mit Schiff gedrückt rum, so wie ich? Okay, hier haben wir einen Pfeil mehr. Mö. Den gehen wir auch mal noch mit. Dann suchen wir doch mal den nächsten. Hier baut sich auch einer im Baumhaus oder so. Oh, das ist noch eine Kuh. Hier möchte ich ganz schnell drüber. Aha, das war ein Unsichtbarer, der da rumgeflogen ist. Ein Schaf. Ein Creeper. Geh doch mal weg, ihr scheiß Creeper. Er geht mir so auf den Sack. Mö. Mö. Ich komm gleich hin und haut mich einfach runter. Ah, da ist der Jissimo. Kuckus. Heyo. Komm, wir lassen ihn mal explodieren, um ihm mal Angst zu machen. Und wo kam der Schuss? War das von dieser schwulen Falltür? Hey. Von wo werde ich beschossen? Ich sehe echt nichts. Alter. Und wo war das? Das ist in dem Fall ein Bett. Ich muss es erst mal abbauen. Ah, Skelette. So, gleich wieder ein bisschen heller gemacht. Was ist im Ofen drin? Nö. Komm, wir zaubern noch mal Russlandszeilen. Äh, die beiden Schienen. Einfach, weil wir es können. Ja, aber noch mal Schutz 1. Geiler Scheiß. Schon zweimal verzauberte Beine Schienen ist natürlich hammergeil. Haben die anderen bestimmt auch, aber scheißegal. Wir haben das und... Jetzt jemanden snacken geht. Das waren wir bald mal bei jedem in der Base kurz drin. Haben wir mal Hallo gesagt. Bei jedem mal ein paar Creeper vor der Haustelle explodieren lassen. Ah, hier war doch jemand Weiznern und das etwas mehr als ich das tue. Und hier ist ein Kackstift. Hm. Ich habe mir noch keinen gesehen. Ich habe keinen Plan, wo die sind. Sieht mir nach einer fetten Schafzucht aus, was hier. Hast du das scharfer Gras jetzt gefressen, du Schaf? Ah, baut man sich eine Tür. Hihihi. Hier kommt jemand. Keine Ahnung. Aha, da vorne ist einer. Alles klar. Den gehen wir jetzt mal holen. Ich glaube, es war der Flo. Den gehen wir jetzt mal snacken. Alles klar. Okay, das ist der Tobi, das ist der Tobi. Okay, go, go, go. Damit rechnet er nicht. Fuck, 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 stirb. Jawohl. Zwei sind draußen. Einer fehlt noch. On to go. Alles klar. Das hat sich schon mal gelohnt. Uh. Geiler Scheiß. Fehlt nur noch der... Wer fehlt jetzt? Der Flo fehlt natürlich noch. Ah, du Nudel. Ah, der soll rauskommen. Ah, gastig. So, was habe ich denn jetzt noch gar nichts gefunden? Ich habe Gold. Ich habe immer noch einen Verzauberungs-Tisch. Und ich habe noch mal viel Essen bekommen. Alles klar. Ich lasse mir noch mal einen Verzauberungs-Tischle hin. Schüssige Eins. Na gut. Das heißt nichts. Ah, will ich haben. Da habe ich... Ich habe zwar nur ein Bett weggemacht, aber... Ja, der Flo muss jetzt auch irgendwo sein. Und den Snackmonter ist auch einfach noch. Okay, der Tobi ist noch im Spiel. Fuck. Fuck, ey. Diese Scheißbetten, das regt mich so auf. Aber wenn wir sie finden, dann sind sie halt ganz schnell tot. Diese unwichtigen Sachen, die muss ich jetzt echt wegkauen. Sowas hier brauchen wir nicht. Sowas brauchen wir nicht. Sowas brauchen wir nicht. Sowas brauchen wir nicht. Sowas brauchen wir auch nicht. Ich brauche keinen sowas. Sowas brauche ich auch nicht. Sowas brauche ich auch nicht. Ey, wir rennen mit Schaufeln rum. Alter, weil die mich verarschen. Was hier noch liegt, ey? Wie man sich da ausrüsten kann. Fickt euch doch. Boah. Nicht euer Ernst. War ich das hier eigentlich? Ist das meine Base? Cool, meine Base. Ich habe die quasi also an meiner Base gesnackt. Voll geil. Tobi ist noch dabei. Hallo, Chat? Okay, jetzt ist es wieder Nacht in Palermo. Damen. Okay, nur macht das raus. Ich meine, das Bett ist jetzt schon dabei da hinten. Aber alles klar, jetzt gehen wir da mal hin. Jetzt gehen wir da hin. Wir haben jetzt genug Essen. Wir haben geile, geile Rüstung. Aber die hätten mich vor fast gesnackt. Hier war ich nämlich drin. Alles klar. Alter, ich baue da unten. Fickt euch. Mann, ich baue Laban, meine Bude. Einmal Wasser wäre jetzt geil, ne? Es ist ja der Flo. Okay, der Matze ist draußen. Fuck, ey. Aber ihr werdet versucht, vielleicht sein Zeug wieder zu kriegen. Tja, das wüsstest du jetzt wohl, Flo, wo ich bin. Alles klar. Noch ein bisschen Viecher hier snacken. Einfach mal alles platt machen, was wir beim Weg rennen. Es ist natürlich nice, dass die zwei sich gefunden haben. Aber der Tobi hat mich fast erwischt, ey. So, gucken, was die für Schwerte haben. Da habe ich jetzt echt gar nicht geguckt. Das war ein bisschen mein Fehler. Da habe ich immer noch meine Geheimwaffe. Da habe ich gar nicht daran gedacht, die haben wir auch mit Lama zu übergießen. Oh, ja. Und der Flo ist so mit raus. Und es ist nur noch der Tobi am Start. Alles klar, die muss jetzt ganz schnell snacken. Bevor er sich wieder aufbauen kann. Alles klar. Tobi, du stirbst jetzt. Creeper, geh sterben. Du bist schon scheißegal. Komm, Creeper, Pissnake, geh sterben. So, die Erfahrung will ich noch. Können wir mal was zu zaubern, nenne ich meine Schuhe. Ich habe kein Bett, auf keinen Fall. Ich finde es irgendwie, ich weiß nicht, ich will nicht sagen lame, aber... Ich finde es einfach ein bisschen unlustig mit dem Bett. Oh, wieder Schutz 1, nice. Also, alles klar, auch hier eine geile Rüstung. Bei ihm ist halt alles verbrannt. Es ist nice hier dran. Enderman. Fuck, es ist hier wieder Nacht, der ich vergaß. Soll vielleicht nicht ganz so viel jetzt hier draußen rumrennen. Ja, ja, fickt euch auch alle, ey. Heyo, dudes, was geht so? Pupu Pupu Pupu. Oh, komm hier selber mal aufs. Pupu 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 Pupu. Wir sind ein Levelchen gemacht. Sehr aufwassend. Oh, das rein, irgendwie weiß ich nicht mehr. Es ist mir die сравn wherever. irgendwie auch von denen im bett wenn ein schatz zu stören und dann komme ich direkt neben dem bau ist alles klar wir warten bis sie hier raus wollte ich nicht sorry kopf wieder neu fackel hier ist der floh hier wohnt der floh alles klar floh jetzt krepierst du alles klar eisenblöcke der hat eisenblöcke ohne schere steinspilzöcke nein holz nein wolle so im bett wird hier unten sein ich bin jetzt mal selber im bett wenn ich so ja komm mal da oben runter snacki moa ok hier ok es hat immer noch diese verkackte nacht die mir so übel auf die nerven geht und dieser scheiß enderman hier das ist das mit den betten das müssen wir unbedingt ändern für das nächste mal weil ich gehe da nicht runter beim floh ich bin doch nicht doof ich habe jetzt so geile sachen ich brauche unbedingt was zu essen unbedingt ich muss das ähm ähm ja wo denn rennen wir denn wir holen uns erstmal so die halbe meute kurz was essen lassen wir uns auch regenerieren und weiter wir brauchen vor allem wieder ein paar levels ich darf halt selber nicht sterben ist knapp knapp tag abwarten und regenerieren und vor allem ach und rüstung hält noch alles klar ich glaube die fanden es nicht so witzig dass sie jetzt in der vollen eisen rüstung an kann aber wir können noch ein bisschen goldzeug machen einfach weil es auch erfahrung gibt so die betten die gehen mir jetzt richtig auf die nerven weil ich habe den floh gekillt ich habe den tobi gekillt der tobi hat den matze gekillt der floh hat sich schon selber gekillt ich hatte aber schon längst gewonnen geht ja mal überhaupt nicht hier von dem her zieht das ganze auch nur unnötig in die länge und das macht doch irgendwie unwitzig ich habe eine full ausgebaute armor mit schutz 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 schießt mich todes heißt ich kriege echt wenig damage das ist schon nice aber jetzt haben die anderen natürlich gesehen ich muss die anderen jetzt wenn tag ist muss sie echt finden und dann noch ihre betten zerstören das wird das nächste wie bräuchte ich tnt das wäre jetzt auch noch geil das habe ich gold waren glaube ich wenn ich noch ein gold sind und bei mir gold block ja es ist immer noch nacht ich sollte und vielleicht noch eine fackel mehr reinsetzen oder fünf oder so einer wie wir dies darum bekämpfen naja erstmal ein stück trinken hat mir jetzt glaube ich verdient und ja ich muss unbedingt deren betten finden ich habe nur noch keine ahnung ehrlich gesagt wie ich das anstellen soll wahrscheinlich haben die 20 millionen dieser scheiß betten hier in dem ganzen ding versteckt